Hallo, hier ein neues Video, diesmal zu den Bildern von Hitler. Ihr wisst ja, dass die Kunstakademie in Wien Hitler zweimal abgelehnt hatte. Die wollten den nicht aufnehmen, weil sie seine Bilder zu schlecht fanden. Und ich möchte euch jetzt zeigen, warum. Ich möchte gar nicht so viel dazu erzählen, aber ich möchte euch Bilder zeigen von Hitler und von Künstlern aus seiner Zeit, von bekannten Künstlern. Also das Thema heute heißt Bilder von Hitler im Vergleich zu bekannten Künstlern aus der damaligen Zeit. Hier seht ihr ein Aquarell von Hitler. Das zeigt ein Gebäude. Und hier ein Bild von August Macke von 1913. Das Bild heißt Hutladen und zeigt eine Frau, die ja vor einem Hutladen steht und sich die Hüte anguckt. Also eine Großstadt-Impression. Ein weiteres Bild von August Macke von 1913. Das Bild heißt Kinder mit Ziege. Ihr seht, dass der August Macke nicht realistisch gemalt hat, sondern so Formen aufgeteilt hat. Die meisten der Künstler, die ich euch zeige, gehören zu der Kunstrichtung Expressionismus. Eben auch der August Macke und eben auch weitere Künstler, die ihr im Laufe doch sehen werdet. Hier ein Bergbild von Hitler. Hitler hat bevorzugt Bergpanoramen gemalt oder eben Gebäude. Und hier ein Bild von Franz Marc. Das heißt Blaues Pferd von 1911. Franz Marc, ein sehr bekannter Künstler. Dieses blaue Pferd hängt auch in München. Und hier seht ihr von Hitler die Feldherrenhalle am Modeonsplatz. Auch wieder eine Gebäudezeichnung. Er hat versucht, möglichst realistisch abzuzeichnen. Und unten drunter auch eine Stadtansicht. Und diese Künstlerin kennt ihr bereits, Käthe Kollwitz, die sich auch politisch ausgedrückt hat. Dieses Bild von Käthe Kollwitz heißt Die Gefangenen. Und dieses Bild ist auch ein sehr bekanntes Bild von Käthe Kollwitz. Das heißt Brot von 1924. Und ist ein politisches Bild, weil es auf die damaligen Hungersnöte in Deutschland anspielte. Dann ein Bild von Franz Marc, Vögel von 1914. Da seht ihr auch, dass das Ganze aufgeteilt ist, das Bild in geometrische Formen. Und dass die anderen Künstler ganz eigene Stile entwickelt haben. Franz Marc ist übrigens im Ersten Weltkrieg gefallen. Da war er noch sehr jung. Hier jetzt wieder ein Bild von Adolf Hitler. Das ist das Schloss Neuschwanstein. Und hier ein Stilleben. Und auf der anderen Seite ein Bild von Emil Nolde. Das Bild heißt Mondnacht von 1914. Und ein weiteres Bild von Emil Nolde. Das heißt Blumengarten und ist von 1908. Übrigens war Emil Nolde ein echter Nationalsozialist. Er war Anhänger Hitlers und war ein Antisemit und ein Rassist. Aber auch die Bilder von Emil Nolde wurden von Hitler als entartete Kunst bezeichnet und verbannt. Also ihr seht anhand der Farbgebung und der Gestaltung, dass es da ganz große Unterschiede gab. Im Grunde genommen hat Hitler nichts anderes gemacht als abgemalt. Aber er hatte keine eigenen Ideen. Er hat einfach nur abgemalt. Menschen sieht man überhaupt nicht auf den Bildern. Er drückt keine Gefühle aus, keine Stimmungen. Er malt einfach nur ab. Und die Kunstakademie in Wien lehnt Hitler ab mit folgenden Begründungen. Seine Bilder sind abgemalt, altmodisch und langweilig. Und er hat keinen eigenen Stil und zeichnet fast nur Gebäude. Die Kunstakademie in Wien hatte Hitler empfohlen, Architektur zu studieren, wenn er so gerne Gebäude zeichnet und vor allen Dingen abzeichnet und das möglichst genau. Aber das konnte Hitler nicht machen, weil er ja keinen Realschulabschluss hatte und deswegen auch nicht studieren konnte. Als Hitler 1933 in Deutschland an die Macht kam, kam sofort die Racheaktion. Und die sah folgendermaßen aus. Alle modernen Künstler mit neuen Ideen und eigenem Stil wurden später von Hitler unterdrückt. Sie durften nicht mehr malen. Ihre Kunst wurde entartete Kunst genannt. Viele ihrer Bilder wurden verbrannt. Die Künstler, die haben oft Berufsverbote gekriegt. Es gibt noch sehr viel mehr Künstler zu dieser Zeit. Aber das ist jetzt nur so ein kleiner Eindruck, dass ihr wisst, warum Hitler von der Kunstakademie abgelehnt worden ist. Und wenn man sich die Bilder so im Vergleich anguckt, finde ich nicht zu Unrecht. Also die hatten sehr wohl ihre Gründe, den Hitler nicht aufzunehmen. Gut, das war's für heute. Eine kleine Exkursion in die Kunstgeschichte. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!